Herzlich willkommen zum ersten Video unserer Videoserie. Wir wollen Ihnen in regelmäßigen Abständen immer wieder Einblicke geben, wie FlexiCheck 3D unsere Kunden in praktischen Beispielen in der täglichen Anwendung unterstützt und Vorteile bietet. Hier in dem Beispiel, was Sie gleich sehen, geht es um einen abgebrannten Dachstuhl von einem denkmalgeschützten Gebäude in Hamburg. Nach dem Brand hatte die Feuerversicherung einen Architekten beauftragt, die komplette Rekonstruktion von Striegeln, von den Balken, von den Pfetten eins zu eins, wie es damals historisch erschaffen wurde, wieder aufzubauen. Der Architekt hat sich an den Dienstleister von uns gewandt in Hamburg, einen Kai Beck, und hatte den Dachstuhl aufmessen lassen. Kai Beck hatte anstatt der veranschlagten 40 Stunden nach sieben Stunden das komplette Aufmaß fertig und konnte eine CAD-Ausarbeitung übergeben. Sie fragen sich jetzt sicher, wie ist das möglich, wenn die Kostenvorschätzungen vom Architekten 40 Stunden sind? Vorteil ist der, dass Kai Beck mit dem FlexiCheck 3D in einem Schritt misst und gleichzeitig auf dem Notebook eine CAD-Zeichnung erstellt, die mit einem Millimeter äußerst präzise ist. Das heißt, Sie sehen die kompletten Lagen aller Balken, Sie sehen die Verformung, Sie sehen Höhenunterschiede des abgebrannten Dachstuhls und haben so eine ideale Ausgangsbasis, um das Ding zu rekonstruieren. Falls Sie noch mehr Praxisbeispiele oder weitere Videos sehen wollen, abonnieren Sie uns doch bitte auf YouTube, folgen uns auf Facebook oder besuchen unsere Webseite. Die Links hierzu finden Sie in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.